Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Wochenübersicht, Wochenübersicht Nummer 3 und ja ein paar Sachen vorab. Let's Play City Skylines ist nach zwei Folgen pausiert. Das liegt ganz einfach daran, dass mein Laptop da nicht so wirklich mitmacht irgendwie. Ihr werdet sehen, wenn ihr euch das Let's Play anguckt, ihr meine Folgen, da sind sehr viele Frames kaputt. Ich weiß nicht warum es liegt auf jeden Fall am Laptop, es liegt nicht am Spiel. Deshalb musste ich es leider nach den zwei Folgen pausieren, die ihr hier noch eingetragen seht auf diesem Wochenplan für die kommende Woche. Beziehungsweise wahrscheinlich seht ihr es erst diese Woche, also für diese Woche. Ja, also dann doch nur ein neues Let's Play. Das ist das Deponia Let's Play. Kommt jetzt immer samtstags und sonntags um 16 Uhr in momentan noch 20 bis 20 Minuten Folgen. Wir sollen aber auf 25 bis 30 Minuten ausgeweitet werden. Ja, dann Minecraft Let's Retro. Dienstags, Donnerstags um 15 Uhr und ab dem 23.03.2015, das ist jetzt kein, ja wahrscheinlich mehr, sondern das ist jetzt ein, das ist sicher. Ja, ab dem 29.03 geht es auf jeden Fall weiter mit dem Minecraft Let's Play Together. Das kommt dann immer montags, mittwochs und freitags jeweils um 18 Uhr. City Skylines diese Woche Montag und Donnerstag jeweils 17 Uhr. Ja, danach leider nicht mehr, weil wie gesagt, musste pausiert werden und die Wochenübersicht eigentlich sonntags um 17 Uhr. Ich habe es heute mal wieder nicht geschafft, es ist jetzt mittlerweile schon 23.35 Uhr an diesem Sonntag. Ja, das waren alle News der Woche mal eben kurz zusammen. Ähm, noch was zu Deponia kurz, wenn Deponia durch ist, wird der Slot auf jeden Fall an Deponia 2, also Chaos auf Deponia und danach noch an Deponia 3, also goodbye Deponia weitergegeben. Also 16 Uhr bleibt erstmal der Deponia Slot und das wird auch erstmal so am Wochenende bleiben. Ähm, Minecraft Let's Retour zweimal pro Woche, vielleicht diese Woche noch öfters, ich weiß es noch nicht, wie ich es schaffe, wenn es öfters kommen sollte. Schaut einfach mal rein. Ähm, ja ich muss gucken, ob ich es wochen an kann. Auf jeden Fall, ansonsten, wie gehabt, Wochenplan könnt ihr euch immer wieder anschauen auf dem Blog. Also auf unserem Blog, beziehungsweise auf dem, auf der YouTube-Seite von unserem Blog. Also auf unserem Blog der YouTube. Ach, ihr wisst schon weiß ich meine. Äh, Links sind unten in der Videobeschreibung, klickt einfach drauf, da seht ihr mal den aktuellsten Wochenplan. Da kriegt ihr auch nochmal eine Übersicht über alle Folgen mit kurzen Inhaltszusammenfassung. Und ja, dann würde ich sagen, danke sehr fürs dabei sein, danke sehr fürs Zuschauen. Und, äh, eine kleine Sache noch, und zwar würde es mich sehr freuen, wenn ihr, ähm, wenn ihr mein Video schaut, auch einfach mal kurz in die Kommentare Feedback gebt. Oder wenn ihr nicht so viel Zeit habt, bitte einfach einen Daumen nach oben geben, wenn ihr es, äh, mochtet. Oder einen Daumen nach unten, wenn ihr es nicht machtet. Aber wenn ihr einen Daumen nach unten gebt, fände ich es doch schon schön, wenn ihr mal kurz in den Kommentaren schreibt, warum, was euch gestört hat, was ich ändern soll, oder was wir ändern sollen. Und, ähm, ja, dann würde ich das auch gerne so machen. Ich würde, ich, äh, möchte einfach, ja, ein bisschen mehr in den Kommentaren machen, gerne. Vor allem Feedback hören, weil, ähm, ja, ist mir schon wichtig, Feedback zu hören, ist mir schon wichtig, auf Aufrufenschein zu gehen. Und das wäre schön, wenn ihr das tun würdet. Ansonsten danke, dass ihr die Videos schaut, und, äh, ich werde auf jeden Fall weiterhin alles geben, um genug Videos pünktlich hochzuladen. Ähm, ja, also, wir sehen uns dann wieder morgen bei City Skylines, beziehungsweise, ja, übermorgen bei Minecraft Let's Retro. Oder wenn ihr es erst Montag seht, heute bei City Skylines und morgen bei Minecraft, äh, Retro. Oder wenn ihr es doch irgendwie später seht, ist egal, morgen sehen wir uns auf jeden Fall wieder, denn jeden Tag kommt ja mindestens ein Video raus. Auf jeden Fall, danke fürs Vorbeisein, danke fürs Zuschauen. Und wir sind uns, äh, wir hören uns spätestens in der nächsten Wochenübersicht wieder, wenn es dann weitere News gibt zu dem Wochenplan, was mit City Skylines ist, ob es schon eine Lösung gibt. Und gibt es vielleicht noch eine Folge Minecraft Let's Play Together oder Minecraft Let's Retro. Mehr in der Woche, ähm, ich muss mir noch Gedanken machen und dann werde ich euch nächste Woche Bescheid sagen. Also schaltet einfach mal wieder rein oder schaut auf unseren Blog vorbei. Blog ist ourlifeblog.jimdo oder jimdo, wie man es nennen will, .com. Ja, danke sehr, alles unverlinkt und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020